Sie hören jetzt Ansagen am Telefon oder per Lautsprecher. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Beispiel Guten Tag, Herr Mehmet. Hier spricht Schneider vom Wohnungsamt. Herr Mehmet, Sie können die Wohnung in der Buchenstraße 3 im zweiten Stock bekommen. Rufen Sie mich doch bitte morgen zwischen 9 und 11 Uhr an, damit wir noch einen Besichtigungstermin für die Wohnung ausmachen können. Am besten noch diese Woche, denn nächste Woche sind schon die Handwerker da. Auf Wiederhören! Nr. 1 Verehrte Fahrgäste, hier noch eine Durchsage für Reisende in Richtung Cottbus. Unser Zug wird mit ca. 15-minütiger Verspätung in Dresden ankommen. Leider kann dort die Regionalbahn 387 nach Cottbus nicht warten. Reisende, die in Dresden zur Weiterfahrt nach Cottbus umsteigen wollten, fahren bitte bis Chemnitz. Dort haben Sie mit dem Interregio 456 von Chemnitz nach Halle, Anschluss nach Cottbus um 15.45 Uhr aus Gleis 3. Nummer zwei. Sehr geehrte Kunden, beachten Sie bitte unsere Frühjahrsaktion im April. Jetzt lohnt sich die Gartenarbeit. Bis einschließlich 30. April erhalten Sie bei einem Einkauf von über 150 Euro einen Preisnachlass von 20% auf jedes gekaufte Produkt aus unserer Gartenabteilung. Von der Aktion ausgenommen sind Gartenmöbel. Kunden mit unserer Heim- und Gartencard erhalten im Rahmen der Aktion einen zusätzlichen Nachlass von 5% auf den Kaufpreis. Nummer drei. Guten Tag, Herr Moser. Hier spricht Anger von der Hausverwaltung. Sie hatten gestern Abend eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen, dass sich in Ihrem Wohnzimmer offensichtlich eine feuchte Stelle befindet. Wir würden gerne morgen früh einen Handwerker vorbeischicken, der sich den Schaden ansieht. Sagen Sie uns doch bitte heute noch Bescheid, ob Sie zu Hause sind. Unser Büro ist von 8 bis 16 Uhr besetzt. Nach 16 Uhr melden Sie sich doch bitte direkt bei dem Handwerker, Herrn Kleier, unter 0140 983 476. Nummer vier. Guten Tag. Sie sind verbunden mit der Sprachberatung der VHS Köln. Die Sprachberatung ist Montag und Mittwochvormittag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag und Donnerstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr für Sie da. Wenn Sie bereits zu einem Kurs angemeldet sind und Fragen haben, können Sie nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Bitte geben Sie Ihren Namen und Ihre Rufnummer an. Wir rufen Sie dann zurück. Sie hören jetzt Ansagen aus dem Radio. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Nummer fünf. Der Sommer hält jetzt wirklich Einzug. Wir können uns auf warme Abende in den Frankfurter Straßencafés freuen. Denn von heute an gibt es Sonnenschein pur mit Temperaturen um die 30 Grad. Am Abend ist es etwas frischer mit 25 Grad. Die nächsten Tage bleibt es sommerlich warm. Erst am Montag ziehen von Westen her Wolken auf und es gibt abends Gewitter mit Regen und starkem Wind. Nächste Woche ist es am Anfang etwas bewölkt. Die Wolken bringen aber nur selten Regen. Die Temperaturen gehen auf Werte um 26 Grad am Tag und 23 Grad in der Nacht zurück. Nummer sechs. Sie hören die Nachrichten vom 20. April mit Bettina Klein. Stuttgart. Messe Stuttgart eröffnet neue Halle. Dadurch gibt es nunmehr Platz für große Ausstellungen. Berlin. Gesundheitsministerium stellt heute Aktionsprogramm gegen das Rauchen vor. Das Ziel, Raucher sollen weniger rauchen oder mit dem Rauchen ganz aufhören. Stuttgart. Der diesjährige Marathonlauf rund um den Fernsehturm soll am 25. Mai stattfinden. Dieser Termin wurde heute vom Sportamt bekannt gegeben. Die Sportler können sich bis 10. Mai anmelden. Nr. 7. Radio ABC4, Techno-Spezial mit Volker Spahrmann. Am 30. April findet in Hamburg die Techno-Tanznacht in den Mai statt. Radio ABC4 verlost dafür vier Eintrittskarten. Rufen Sie an unter 0800 985 985. Und mit ein bisschen Glück gehört eine der Eintrittskarten Ihnen. Gewinnen Sie eine Eintrittskarte zur Techno-Tanznacht in Hamburg. Und jetzt geht's weiter mit Musik. Nummer 8 Wir unterbrechen mit einem Verkehrshinweis. Achtung Autofahrer! Auf der Autobahn A7 Kassel-Würzburg kommt Ihnen zwischen dem Kasseler Kreuz und Melsungen ein Fahrzeug entgegen. Bitte bleiben Sie rechts, überholen Sie nicht und fahren Sie vorsichtig. Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorbei ist. Nummer 9 Und hier noch eine Meldung vom Sport. Heute Abend um 19.30 Uhr findet in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart das Fußballländerspiel Deutschland gegen die Türkei statt. Die Autofahrer unter den Fußballfans werden gebeten, am Stadtrand zu parken und mit der U-Bahn zum Stadion zu fahren. Die U-Bahn-Sonderlinie U11 bringt Sie direkt zum Stadion. Rund um das Stadion sind alle Parkplätze bereits besetzt. Die Eintrittskarte ins Stadion gilt übrigens gleichzeitig als Fahrschein für die U-Bahn. Ende von Aufgabe 2 Aufgabe 3 Sie hören jetzt mehrere Gespräche. Zu jedem Gespräch lösen Sie zwei Aufgaben. Beispiel Guten Morgen, Anna. Hallo, Jens. Ich habe gehört, unser Treffen mit der Ziba AG ist verschoben worden? Ja, leider. Sie mussten absagen, weil Herr Jakob, der die Präsentation machen sollte, krank geworden ist. Gibt es schon einen neuen Termin? Ja, Sie wollen nächste Woche am Donnerstag kommen. Donnerstag? Am Donnerstag fahre ich doch mit Gerd zur Messe nach Frankfurt. Oh je, das hat Herr Schmidt sicher vergessen, als er mit Ziba telefoniert hat. Und jetzt? Am besten sprichst du mit Herrn Schmidt. Er ist momentan nicht im Haus, aber heute Nachmittag ist er wieder da. Ich lege ihm schon mal eine Notiz auf den Schreibtisch, damit er Bescheid weiß. Wann genau soll ich denn kommen? Ich bin bis circa 16 Uhr in einer Besprechung. 16 Uhr passt gut. Komm gleich nach der Besprechung vorbei. Gut, bis später. Bis später. Tschüss. Nummer 10 und 11 Keratz? Hallo Sabine, Richard hier. Hallo Richard, wie geht's? Gut soweit, danke. Endlich sind wir fertig im neuen Haus. Ist es denn schön geworden? Ja, wir fühlen uns sehr wohl. Wir machen auch eine Einweihungsparty, und zwar am 15. Juni. Dazu wollte ich dich einladen. Im Juni. Wollt ihr im Garten feiern? Ja, jetzt wo wir einen Garten haben. Wenn das Wetter schlecht ist, feiern wir natürlich im Haus. Hast du Zeit? Ja, ich denke schon. Wir fahren erst Ende Juni in Urlaub. Können wir die Kinder mitbringen? Ja, klar. Simone und Peter kommen auch mit ihren beiden. Und Katja bringt Kevin mit. Unsere sind natürlich auch da. Wir fangen auch schon nachmittags an. So ab 15 Uhr. Schön. Wir kommen gern. Sollen wir was mitbringen? Getränke und die Sachen zum Grillen machen wir. Aber es wäre toll, wenn du einen Salat machen könntest. Oder einen Kuchen. Ja klar. Kein Thema. Nummer 12 und 13 Nummer 12 und 13 Nummer 12 und 13 Guten Tag, Herr Gebel. Bitte, nehmen Sie Platz. Guten Tag, Frau Liebherr. Dankeschön. Herr Gebel, vielleicht haben Sie schon gehört, dass wir planen, eine neue Vertriebssoftware in Ihrer Abteilung zu installieren. Das Programm soll nach den Sommerferien im August benutzt werden. Die Einweisung bzw. Weiterbildung soll im Juni sein. Wie wollen Sie das denn organisieren? Sie und Frau Menge würden natürlich für die Woche freigestellt und müssten nicht arbeiten. In den Schulungsräumen von GEF Systems in Simmering werden Sie in die neue Software eingeführt. Das ist relativ früh, wenn das Programm erst im August kommt. Ich weiß. Aber anders war es nicht zu planen, denn im Juli haben Sie und Frau Menge Urlaub. In der ersten Woche nach Einführung der neuen Software wird ein Mitarbeiter von GEF hier sein, um eventuell auftauchende Probleme und Fragen zu klären. Gut. Werden wir in Simmering in einem Hotel übernachten? Nein. Ein Hotel wird von unserer Finanzabteilung nicht bewilligt, da es nur 70 Kilometer sind. Sie müssten morgens hinfahren und abends zurück. Deshalb haben wir geplant, dass das Seminar von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr geht. Natürlich erstatten wir Fahrtkosten und Spesen. Nr. 14 und 15 Nr. 14 und 15 Natürlich bieten wir auch Nachhilfe in Französisch an. Mein Sohn ist in der 9. Klasse und hat schon seit einiger Zeit große Probleme, aber nur in Französisch, sonst ist er ein guter Schüler. Das sagt auch sein Klassenlehrer. Wir hatten schon einmal einen Nachhilfelehrer, mit dem hat er sich aber nicht so gut verstanden. Ich glaube, der war zu alt. Vielleicht lernt Ihr Sohn lieber in einer Gruppe. Zurzeit haben wir eine Französischgruppe mit fünf Kindern im 8. und 9. Schuljahr. Vielleicht möchte Ihr Sohn zu einer kostenlosen Probestunde vorbeikommen. Das wäre gut. Wann findet die Gruppe denn statt? Der Kurs ist Mittwochnachmittags von 16 bis 18 Uhr. Könnte er nächste Woche schon kommen? Natürlich. Wie heißt er denn? Jens. Jens Schneider. Gut, Herr Schneider. Dann bis nächste Woche. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Nummer 16 und 17 Landa und Sohn, guten Tag. Mein Name ist Franke. Simon Luccarella ist mein Name. Guten Tag. Ich habe Ihre Anzeige in der Zeitung von Samstag gesehen. Sie suchen einen Fahrer? Ja. Haben Sie Interesse? Ja, die Stelle interessiert mich. Allerdings wüsste ich gern, wie die Arbeitszeiten sind. Vorerst brauchen wir dringend einen Fahrer, der hier im Rhein-Main-Gebiet arbeitet. Das heißt, Sie hätten einen normalen Arbeitstag und wären auch jeden Abend zu Hause. Das wäre gut. Ich habe nämlich eine kleine Tochter. Dann würde das ja passen. Haben Sie denn den erforderlichen Führerschein CE? Und haben Sie schon als Fahrer gearbeitet? Ja, den Führerschein habe ich. Und bis vor einem Jahr habe ich als Fahrer bei Ganser gearbeitet. Vier Jahre war ich bei der Firma, aber sie ist leider pleite gegangen. Davon habe ich gehört. Das klingt doch alles sehr gut. Könnten Sie am Donnerstag um 14 Uhr mit Ihren Unterlagen zu einem Gespräch vorbeikommen? Ja, das geht. Vielen Dank. Bis Donnerstag. Bis Donnerstag. Auf Wiederhören, Herr Luccarella. Ende von Aufgabe 3 Sie hören Aussagen zu einem Thema. Lesen Sie zunächst die Sätze A bis F. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Entscheiden Sie dann beim Hören, welcher Satz zu welcher Aussage passt. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist Fernsehen eine gute und interessante Freizeitbeschäftigung oder macht Fernsehen dumm? Schadet Fernsehen gar der Gesundheit? Oder ist es ein wichtiges Informations- und Unterhaltungsmedium? Wir haben dazu einige Leute nach ihrer Meinung gefragt. Beispiel Ich habe schon seit vielen Jahren keinen Fernseher. Irgendwann war mir das ganze Programm zu dumm geworden. Jeden Tag irgendwelche Serien oder Talkshows mit völlig uninteressanten Themen. Die Nachrichten waren das Einzige, was mich interessiert hat. Ich kann mir aber meine Informationen auch aus der Zeitung holen. Dort werde ich sogar viel besser und umfassender informiert. Und Unterhaltung habe ich auch im Theater, im Restaurant mit Freunden, im Sportverein. Nur wegen der Nachrichten einen Fernseher haben? Ich habe für mich entschieden, das lohnt sich nicht. Ich sehe nur manchmal fern. Wenn es eine Sendung gibt, die mich wirklich interessiert. Meistens sind das Musiksendungen. Die Nachrichten und die Politik-Sendungen interessieren mich weniger. Viel lieber als fernzusehen, treffe ich mich mit meinen Bekannten. Wir gehen dann ins Kino oder in die Disco oder in ein Café und unterhalten uns über die Themen, die wirklich für uns wichtig sind. Die werden nämlich im Fernsehen viel zu wenig gebracht. Nummer 19 Wenn ich am Abend von der Arbeit nach Hause komme, dann bin ich eigentlich viel zu müde, um nochmal irgendwo hinzugehen. Ich setze mich dann vor den Fernseher und gucke mir an, was gerade so kommt. Ich glaube nicht, dass mich das Fernsehen dumm macht. Im Gegenteil, gerade weil ich auf der Arbeit oft viel nachdenken und entscheiden muss, ist es mir willkommen, wenn ich am Abend einfach nur unterhalten werde. Egal, ob gerade eine Musiksendung, eine Show oder eine Serie läuft. Ich glaube, man darf nicht allein das Fernsehen kritisieren. Wichtiger ist doch, was die Menschen damit machen. Jeder muss selbst wissen, wie viel er fernseht. Ich meine, wenn der Fernseher den ganzen Tag läuft, dann ist das doch wahrscheinlich deswegen, weil man keinen Kontakt mit anderen Leuten hat, mit denen man sich trifft und etwas anderes machen kann. Schlimm finde ich es, wenn Kinder den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen. Denn Kinder gehören raus an die frische Luft, wo sie sich bewegen und austoben können. Ende des Tests hören Ohne Musik Von der Fernseher sitzen? Wie viel mehr mehr ist? Das ist declarativ, was ich. Wenn es nicht so sehr,bald全部 von der Fernseher ist, Und dann schluss hin. Und dann geht das Fernseher. Vielen Dank.